Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 days to die. So, wir machen mal den Ausflug. Ich gehe jetzt heute nicht nochmal in die Stadt, aber ich will ja mal in dieses andere Biom, wo wir diese große Stadt gefunden haben. Und mal gucken, was wir da looten können. Ich muss sowieso warten, bis mein Gemüse da vorne gewachsen ist, das ich ja nochmal neu gesetzt hatte. Das erwähnte ich ja. Ich hoffe, dass sich hier auch irgendwas tut im Laufe der Tage, sonst wäre es blöd. Am Tag 24, 21, 28, das geht doch. Ich setze mir hier mal einen Waypoint hin. Ich habe noch ein paar Taschenplätze frei, bin jetzt nicht komplett leer. Ich habe eigentlich mal eine Universalausrüstung mitgenommen, wahrscheinlich zu viele Sachen, aber Werkzeuge brauche ich. Ich brauche die Fackel kann ich wegschmeißen, den Splint kann ich wegschmeißen, die Lebensmittel sollten sich verbrauchen, weil ich jetzt wahrscheinlich doch einen Ticken länger weg sein werde. Ich würde mich ganz gerne jetzt mal am Rand des zerstörten Biom bewegen, um einfach mal da die Abmessung auf der Map zu kriegen als Kontur. Das würde ich glaube ich ganz gut finden. Pfeile habe ich noch und ja, dann mal gucken, was so passiert. Werkzeuge sind auch halbwegs heile. Ja, genau. So, dann gehe ich hier mal ran und wie gesagt, vielleicht kommt ja so ein doofer Köter her. Das kann durchaus sein. Aber ich möchte mal die Umrisse kriegen hier. Vielleicht können wir ja auf die Entfernung irgendwo auch... Boah, die Sonne, die blendet aber richtig, ne, oder? Das ist ja Wahnsinn. Die Sonne blendet ja richtig gerade. Und richtig idyllisches Bild, dafür, dass das so ein hässliches Biom ist. So, vielleicht kann man auf die Entfernung ja irgendwo sehen, was da für interessante Gebäude kommen. Das wäre ja was, wenn wir da was sehen könnten. Deshalb möchte ich hier einfach mal ein bisschen entlanglaufen. Ja, was ist denn das da vorne? Ist das ein Shotgun-Store oder was ist das? Wahnsinn, Nobel. Okay. Ich bin, wie gesagt, hier skeptisch wegen Hunden. Hier wird auch gleich alles spawnen. Deshalb will ich mich hier auch gar nicht richtig aufhalten. Aber so vorsichtig herantasten. Ja, und schon ist die Ausdauer weg. Ich mache drei Kreuze, wenn mein Kaffee wieder bewachsen ist. Ich hoffe, dass sich da jetzt mein Feld langsam einkriegt. Das sieht nach einer Polizeistation aus mit dem Dach. Das kann natürlich auch täuschen. Hier ist ein Spucker. Den brauche ich nicht. Das muss ich nicht haben. Ein Spucker. Da hat mich wohl noch nicht bemerkt. War sonst gut so. Das ist eine Tankstelle. Ja, okay. Das ist eine Tankstelle. Und... Ich laufe jetzt doch mal hier so querfeld ein. Und wir müssen ja mal ein bisschen was entdecken. Das hilft ja nichts. Ein bisschen was müssen wir entdecken. Wenn ich mich hier nicht lange aufhalte. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht meine ganze Auslaufer warte. Guck mal, hier noch ein Apartmenthaus. Hier. Eine Garage. Da könnte man natürlich mal hin. Wegen Büchern. Jetzt weiß ich gar nicht, ob mir da noch irgendwas Relevantes fehlt an Büchern. Kommt, die Schwester wollen wir doch mal looten. Guck mal, siehst du, Grain Alkohol. Und solange ich kein Mais habe, ist das eine schöne Sache. Und hier ist die Stadt dann auch schon wieder vorbei. Okay. Ja, hier führt eine Straße durch. Da ist noch eine Tankstelle. Tankstellen finde ich immer doof. Tankstellen finde ich immer schwierig. Also, es ist meistens jetzt nicht so lohnenswert was drin, ne? Jetzt bin ich ja doch in die Stadt ganz gelaufen, obwohl ich das nicht wollte. Oh, da hinten ist ein Spucker. Da ist, ja, da will ich nicht hin. Also, durchlaufen geht ja auch meistens. Außer, dass es halt mit Hunden schwierig ist, ne? Ich habe jetzt gar kein großes Minipad mitgenommen, ne? Oder? Oh, hier ist wieder nichts. Das ist eine zerstörte Polizeistation. Da wird nichts drin sein. Ich hole mal die Schottgang raus, wegen der Köter. Hier wird ja vielleicht jeden Augenblick einer kommen. Okay. Da sind wir jetzt wieder in der Wüste. Das ist gut. Hier fühle ich mich auch irgendwie wohler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, hier. Oh, was wir ja machen können. Mining Helm. Hier mal ein paar. Genau. Eigentlich bräuchte ich locker. Ah, ich drücke immer die falschen Tasten. Irgendwann komme ich mit meinen Survival-Spielen auch mal durcheinander. So, weg mit dir. Und du rufst keinen. Richtig, ich wollte doch gucken wegen... Na gut, ein Locker ist hier aber nicht. Ich weiß nicht, ob man die auch im Müll findet. Aber gut, einen Mining Helm finde ich ja vielleicht auch in der anderen Stadt dann da drüben. Deshalb will ich da ja auch mal hin. Den hätte ich auf jeden Fall gerne wieder. Oh, guck mal, ein anderes Biom. Hm. Gucken wir uns da erst um vielleicht. Schwierig. Ich klappe mir das jetzt erstmal hier nochmal ab. Aber ich glaube, ich laufe jetzt einfach mal so lange weiter, bis ich hier etwas finde, wo locker sind. Da ist einer. Na. Schade. Okay. Und ich hab mir noch... Bist du wohl. Und ich hab mir noch gedacht... Hm. Da läuft aber etwas schnell, ne? Also, der hat ja nicht gebellt, der Hund wieder. Aber der ist schon... Ich hab die schnellen Schritte gehört. Ich hab die schnellen Schritte gehört. Das ist schwierig. Und jetzt wird's hier gerade auch ungemütlich. Es kommen mir hier zu viele Zombies. Ein Spider ist da auch noch. Hab ich keine Lust zu. Ich würde am Ranskirne lieber mal gucken... Mit dem Knüppel geht das mittlerweile echt gut mit den Hunden, ne? Weiß ich nicht, vielleicht werde ich ja doch ein bisschen... Abgebrühter, was sowas angeht. Oh, ne Kartoffel. Die Kartoffeln sind immer gut. Kann ich noch ein bisschen was... Was hab ich denn da jetzt aufgenommen? Okay, das will ich nicht. Ah, meine Helm. Meine Helm wäre eine coole Sache. Den luken wir mal. Schade. So, ich laufe jetzt einfach mal hier außen entlang. Und versuch mal ein bisschen was... Ich hab schon wieder irgendwas aufgenommen. Was ist denn das immer? Ich muss gleich mal gucken, wenn ich hier... ...ein bisschen mehr Ruhe habe. Ach, halt's im Aul. Nervkröte. So. Ich glaube... Ach, guck mal. Da ist wieder ein Locker. Die Gebäude sehen nämlich immer gleich aus, indem die Locker spawnen. Deshalb glaube ich, dass da und da auch ein Locker drin sein könnte. Ja. In den beiden ist ein Locker. Ach, guck mal. Super. Hier. Papier. Das wollte ich auf jeden Fall haben. Hier müsste ein Locker sein. Genau. Okay. Man sieht den Gebäuden aus dem ich von außen schon an... Wer hat denn hier sein Auto so doof geparkt? Man kann dir das ganz gut von außen ansehen. Okay. Jetzt, wo ich die Optik weiß... ...kann ich auch mal rezieht nach Lockern suchen. Da drüben müsste wieder einer sein. Und in dem da müsste auch einer sein. Ach, hier sind sogar zwei Locker. Und das gefällt mir. Hier. Egal. Ein grünes Bandana. Ja, irgendwas suche ich immer in meinen ganzen Folgen. Wenn es nicht ein Beaker ist, dann ist es ein Forge-Buch. Oder ein Mining-Helm. Wobei, ich hatte ja schon einen. Da muss ich ja sagen, ich hatte ja schon einen Mining-Helm. Das ist ja mein eigenes Problem. Schon wieder sehr viel Hunger durchs Essen. Äh, durchs Laufen. Nachladen. Auch mal was trinken. Und vielleicht mal eine Bandage nehmen. Kann nicht schaden. Und, oh, Spucker. Naja, ich begebe mich gerade mal in das Nachbar-Bio. Einfach nur mal so. Wir wollen ja nichts riskieren hier. Also, nichts, was dumm wäre. Ich bin auch wieder alles voll mit Zombies. Ich würde ganz gerne da vorne wieder zu den Lockern hängen. Ich meine, ich habe einen Hund nur umgehört. Ich dachte, ich hätte da einen Hund nur umgehört. Das muss ja nicht wirklich sein. Die Hunde machen mir wirklich Kopfzerleuchten her. So, da vorne ist ein Lockergrün. Oh Mann, wer schreit denn jetzt schon wieder? Du Spider. Mensch. Das sind doch Quengeltanten da. Na, noch ein Santa Head. Schön. Gut. Ich hoffe ja mal nicht, dass ich den zweiten Spin brauche. Ich hoffe nicht mal, dass ich den ersten Spin brauche. Oh, was kreischt der denn da so erdärmlich? Kann man da irgendwas sehen? Ob da was Interessantes in der Stadt ist? Naja. Ich fühle mich momentan aber mit meinen ganzen... Oh, ey, Junge. Jetzt habe ich hier so viel Lärm gemacht. Jetzt ist es... Oh, okay. Da ist ein Spucker, da will ich nicht hin. Da vorne wäre nämlich nochmal so ein... So eine Ruine mit einem Locker gewesen. Ah ja, ist ja gut. Mann, diese Spiders, die gehen mir aber auch auf den Nerven, muss ich sagen. Hier müsste nochmal ein Locker drin sein. Ja. Hier ist wieder keiner. Guck mal, da oben lungert jemand rum. Ich achte jetzt auch übrigens nicht gerade drauf. gilt mich da nicht für. Für den Fall, dass ich hier irgendwo an einem Safe vorbeigelaufen bin. Also ich suche aufmerksam den Horizont ab. Ob ich irgendwo Häuser mit Lockern sehe und gucke auch noch ein bisschen nach unten. Also das ist... Geht zwar jetzt gerade, aber ihr seid natürlich deutlich entspannter beim Zugucken bei einem Video, als wenn man da jetzt gerade direkt selbst drin ist und guckt, dass man nicht auf irgendwas tritt, wo man nicht hätte auftreten sollen. Deshalb kann es durchaus sein, dass hier mein Safe am Boden liegt und ich es nicht mitbekomme. Ah, schade. Das ist schade. So, jetzt ranne ich doch die ganze Zeit über am Startrand entlang. Aber okay, gut. Dann aktualisieren wir auf dem Wege halt mal unsere Map. Okay, habe ich gesehen. Hätte mir vielleicht noch normale Bandagen einpacken sollen bei Blutung. Und da habe ich den Hund selbst auch nicht gehört, aber die schnellen Schritte, die waren zu hören. Die schnellen Schritte waren gut zu hören. Ich nehme ja doch mal lieber meine Shotgun jetzt hin. Hier, guck mal, das ist verseuchtes Terrain. Da ist noch ein Spucker. Also die Hunde können unabbernehmend sein. Ich habe schon wieder Hunger. Ja, wenn man viel läuft, kriegt man auch viel Hunger. Da muss ich mich mal in den Moment kümmern. Weil hier ist ein Locker. Komm, lass da meine Hände sein. Nein, ein Baseballcap. Naja, okay. So was ähnliches. Oh, ohne Kugel. Okay, hier ist zerstörtes Biom. Ne, verbranntes Biom. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich bin echt weit weg, ne? Ich muss mich gleich mal, ich stelle mich mal hier irgendwo in Ruhe. Wo nichts ist, hin. Und waren da jetzt Hunde noch in dem Biom? Ich glaube nicht mehr, ne? Wo bin ich denn jetzt? Oh, ich bin einmal ganz dran vorbeigelaufen. Okay. Da kommt ein verbranntes Biom. Da will ich ja nicht hin. Ein verbranntes Biom finde ich nicht cool, muss ich sagen. Da gibt es zwar Kohle in Massen, aber finde ich irgendwie nicht cool. Hier ist ein großes grünes Biom. Hier ist auch nochmal ein grünes Biom. Da suchen wir jetzt einfach mal eine Straße und dann laufen wir mal der Straße entlang. Vielleicht finden wir da ja was. Ich weiß, ich wollte eigentlich da unten in dieses andere Biom hin. Und ich nehme ja mal ein paar Steine auf, weil ich davon ausgehe, dass ich mir über Nacht wahrscheinlich irgendwo doch ein Campfire machen muss. Weil ich jetzt doch recht weit weg bin. Und dann nehmen wir mal das hier. Schlagen wir uns mal am Baum, dass wir ein bisschen Holz haben. Da sollte man dann ja schon mal langfristig planen. Wir haben jetzt 13 Uhr, ich bin am Arsch der Welt. Und ich kann zwar, wenn ich jetzt sofort umdrehe, wieder püppig zurück. Aber wer will denn das? Dann wird mir den ganzen Ausflug ersparen können. Dann bleiben wir einfach mal ein Tag weg. Wenn ich jetzt noch ein paar Tierchen finde, wäre das natürlich auch cool. Ich hole mir nochmal einen weiteren Baum. Ja, hier, ich muss jetzt gleich was essen. Ich werde hungrig. Ach komm, hier ist schon ein paar Zolle am Ohr. Okay, so. Ach komm, dann lassen wir doch Zombie sein. Das sieht nach einem riesigen See aus. Egal, ich laufe trotzdem mal in die Richtung. Ach, das ist das verbrannte Biom da vorne. Dann laufe ich jetzt. Oh, hier, alles klar. Da nehmen wir uns mal ein bisschen Fleisch mit. Das sieht so aus, als würde ich es wirklich brauchen. Ja, man kann auch nicht. Ja gut, das reicht mir. Da kann ich was mit machen. Auch wenn ich jetzt stinke wie sonst was. Muss gehen, aber so werde ich wenigstens nicht über Nacht verhungern. Das ist auch schon mal gut. Ja, dann werde ich mal in die Nacht draußen bleiben. Oder in irgendeiner... Ich habe schon wieder viel zu viel Loot. Dafür, dass ich... Man sieht die Dinger nicht, ne? Das hat ja echt auf mich geschlagen. Dafür, dass ich auf Loot-Tour gehen wollte, ist das wieder schwierig. Aber dann gehe ich jetzt halt gerade nicht auf Loot-Tour, sondern auf Entdeckungstour. Das finde ich auch wichtig. Ne, komm, sowas wollen wir auf gar keinen Fall mitnehmen. Ich habe auch reichlich zu trinken und Gläser. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Verdursten werde ich nicht. Was ist denn das für ein riesiger See? Zum Geier nochmal. Da machen wir mal rüber eben, ne? Ja, ich trinke nochmal was. Obwohl, ne, jetzt nicht. Jetzt habe ich noch Ausdauer. Wenn ich Ausdauer brauche, brauche ich nichts zu trinken. Ah, noch ein Hirsch, die nehme mal mit. Das ist gut und ist das Essen gesichert für heute. So ein blöder Zombie. Der wollte an den Hirsch ran, dann ist der Hirsch abgehauen deshalb, ne? Dann nehmen wir den da. Ich hoffe nicht, dass da die Zombies schneller sind. Das wäre doof. Durch den Busch kann ich nicht durchschießen, ne? Wo ist der denn, der Hirsch denn jetzt hin? Okay, dann ist er da vorne umgekippt. Ich habe ihn doch noch am Unterteil erwischt. Die fallen wirklich schnell um, seitdem die das mit der Blutung haben. Oh, oh. Na, Zombie? Ja, schneller Zombie vor allen Dingen. So, yeah. Ich bin mal gespannt, wann die Funpims die Alpha 11 bringen. Da gibt es ein paar, die haben da wohl Neuerungen. Ich habe die noch nicht ganz verstanden, aber irgendwas haben die mit den Texturen wohl gemacht. Man kann sich jetzt seine eigenen Texturen für die Blöcke machen. Da stand aber das Wort Shape drin. Und Shape ist für mich eine Form. Oh, cool, eine Straße. Und. Ich weiß nämlich, ob man, das klang erst so, als könnte man anders geformte Blöcke nehmen. Das wäre natürlich super cool. Also, weißt du, so schmalere, kleinere, dass man mal noch flexibler bauen kann. Das würde ich super finden. Da oben geht es zum zerstörten Bion. In die Richtung muss ich nicht. Zum verbrannten Bion. Und auch mal hier haben wir die Straße entlang. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Oder, wo geht es da hin? Ja, wir laufen hier einfach mal entlang. Ein paar Häuser werden hier schon kommen irgendwann. Und. Ja, nee, also man kann auf alle Fälle wohl eigene Texturen drauf bringen. Die haben im Block ein paar Screenshots. Oh Mann, jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Die haben im Block ein paar Screenshots. Gucken wir doch mal nach Norden. Wenn man die Wood Frames setzt. Die haben ja. Ich muss nicht mal gleich schreien, nur weil du irgendwas siehst. Die Wood Frames haben ja in die einen Richtung so horizontale Planken. Und die haben ja, die Planken immer in eine Richtung, die Wood Frames, wenn man die aufwertet. Und das kann man momentan auch nicht drehen. Und die haben das jetzt wohl so, dass man das quasi drehen kann. Nur sind das jetzt keine drehbaren Wood Frames. Sondern, ich weiß es nicht. Vorher war das wohl so, die Textur ist fest auf diesen Wood Frames draufgeklatscht. So habe ich das verstanden. Und jetzt kann man sich Freitextur machen. Jedenfalls hat das zur Folge, dass man das richtig gut beeinflussen kann. Das Resultat ist, was man sieht, dass man jetzt beeinflussen kann, in welche Richtung sich die Wood Frames da, die Maserungen drehen. Und das gibt natürlich Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man auch wirklich komplett eigene Texturen drauflegen kann. Also irgendwas, was dann richtig cool aussieht. Ich bin mal gespannt. Die wollen jetzt langsam wirklich zum Abschluss kommen mit ihrem Spiel. Das merkt man ganz deutlich. Und ich finde es ganz toll von den Funtins, dass sie uns so viele Möglichkeiten mit an die Hand geben. Noch ein Graspium. Das gibt es doch nicht. Weißt du was? Ich bin ja schon lange geneigt, oben drum herum zu laufen. Um die Stadt. Aber ich entferne mich jetzt gerade sehr weit weg. Also ich muss mal sehen, dass ich mich jetzt langsam links halte. In erster Linie würde ich ganz gerne jetzt ein Haus finden, weil... Nachts draußen bleiben muss ich jetzt auch nicht haben. Und ich muss es jetzt recht nicht haben, so weit weg von meinem Haus eventuell in der Nacht zu sterben. Und auch Gott, ich sehe gerade, es ist ja schon spät. Aber schon 25 Minuten rum, heißt. Okay, dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle mal von euch verabschieden. Und würde sagen, wir rennen hier mal in der nächsten Folge weiter. Mal gucken, was ich noch finde. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr lasst mir einen Daumen hoch da. Auch wenn das jetzt gerade nur Erkundung ist. Aber ich muss ja sehen, was hier in den Nachbarbiomen los ist. Das finde ich ja irgendwie auch wichtig. Okay, okay. Mein Charakter ist erschöpft. Ich mache mal kurz Pause. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.